So, herzlich willkommen zurück liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen. Wir fahren heute von Naugrad oder Neugrad von Polen, das Land, bis nach Özdyn, ist auch in Polen und sollen jetzt Baumstämme fahren. Dann werden wir mal loslegen und fahren. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Neue Route finden. Biege nach links ab. forgetz. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So... Ich lebe die Baustelle Ampeln und hier staut sich das. Fängt schon gut an hier. Oh, hinter mir staut sich das auch ganz schön. Na, fahr ab doch. Komm, der Schatten auch noch. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So... Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So... Da kommt keiner. Komm keiner. So, wir können abbiegen. So, ich glaub, hier dürfen wir... Die Landstraße waren glaub ich 70. ... ... Sollte ich aus dem Zeichen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt dürfen wir nun 60 fahren. So, jetzt kommen wir zum nächsten Mal. Wenn da Strich ist, dann dürfen wir doch eigentlich unsere Geschwindigkeit auf 70 erhöhen und dann machen wir das doch auch. Ja, ich bin doch noch über Gelb gefahren. Ja, ich bin doch noch über Gelb. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Ja, ich glaube hier darf man wieder nur 50. Ja. 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 ich nur noch am bremsen und so also den zuschauer die kilometerzahl acht minuten das wird kritisch am kreisverkehr zweite ausfahrt nehmen diese ausfahrt wir dürfen 60 so 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 Das war's für heute. Junge, du darfst 70 fahren. Hey, sag mal, wir haben heute keinen Sonntag. Ich glaube, wir dürfen hier 70 fahren, ne, wir dürfen hier 80 sogar, hoch auf 80. Ich glaube, wir dürfen hier 50 fahren, ne, wir dürfen hier 50 fahren, ne, wir dürfen hier 50 fahren. Danke. 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 Vielen Dank. So, wir müssen aussehen, dass wir auf unserem Ziel ankommen. So, wir müssen aussehen, dass wir auf dem Ziel ankommen. Was sagt eigentlich unser Tank? Halb voll. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Am Kreisverkehrer erste Ausfahrt nehmen. Das ist schon so raus... Der Schuss liegt an der Schlange Unternehmung Bei der Schussmutter A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Lieb-A-Li-B Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sorry! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Junge! Okay. immer geradeaus zusammen habe ich hier vor mir ein sonntagsfahrer oder was hier die hier 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 Wir werden doch mal vorsichtshalber tanken. Wir werden doch mal wiederholen. Wir werden doch mal wiederholen. Die Wurphouse müssen wir auch einlegen. Aua. Hey. Du Idiot. Du Musikstant. Du Idiot. Du sch透明. Du punishment. Du Business. Du Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer geradeaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer geradeaus Untertitelung des ZDF, 2020 Demnächst rechts abbiegen Wiege nach rechts ab Hier endet es Scheiße! Scheiße! Okay. Okay. So liebe Zuschauer, ich danke euch wieder fürs Zuschauen, Überlänge von 16 Minuten, es tut mir auch schrecklich leid, der Auftrag war doch größer wie erwartet. Ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen gefallen, schaut wieder rein in den anderen Folgen, auch in der LS, wenn ihr LS Fan seid, schaut da mal rein, auch dort gibt es eine Neuigkeit, die auch ihr dann zu sehen bekommt und wie gesagt noch einen restlichen wunderschönen Tag, wer weiß, wenn ihr es euch anguckt, bis dahin macht es gut, bis zum nächsten Mal.